Aber ich glaub, ah ne, kein Punkt, das ist fängig gut an. Ja, wir ändern das ja jetzt. Ah, ich bin natürlich im anderen Team. Ja toll. Switch Team, geht. Ich bin in Alpha. Noch leb ich. Und B. Schön. Oh, von hinten. Na, Flagge, Robert. Biss also in A. Oh, ja. Oh, ja. Okay, Sprinterst du, manchmal haben wir. Ja. Er hat Explosive Schutz, das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Plötzlich ein Noob-Tubes oder so sind, aber ich glaub das ist bestimmt auch verboten. Aber anscheinend ist Pumpe erlaubt. Oh fast, ein zweiter. Bist du oben? Wow. Ja. Gerade erstmal hochgeheilt. Ich geh zu A. Oh, es sind ja so viele hier unten. Extrem viele unten rechts bei C. Wenn du zu C guckst. Mit dem Poolhaus ist einer. Ja. Ja. Oh, losseid. Hehehe. Hey, dich. Na. Oh, ey. Oh, zwei gleichzeitig wieder mit. Ist das was? Scheinbar. Wow, wieso sitzen die alle da oben? Oben bei C, hinten in diesen Räumen, da wo man eigentlich normalerweise nie durchgeht. Aber ja, ist gerade nicht so. Oh. Ich will gerade nicht bei dir spawnen, ne? Ah, ne, ist nicht gut. Nein! Oh, der hat doch nichts mehr. Fünf hat er noch. Hehehe. Dann gehen wir mal gleich wieder dahin. Mhm. 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 Oh, gleich Double Kill. Nur mit Hip-Fire. Hehehe. 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 Oh Mann, ich bin so voll hier auf einmal das für... Ja, der andere war so schön chillig, ne? Ja. Kacke. Sieben hat er noch, ey. Poolhaus Richtung B. Oh, stimmt. Zehn, Spawner. Manchmal ist mein Ton ziemlich verpackt. Wenn der Ton extrem verzögert ankommt, ist das auch ein Problem vom Arbeitsspeicher, oder? Keine Ahnung. CPU würde ich sagen. Na? Keine Ahnung. Nee gehabt. Boah. Spawner. Aber ich meine nur, es könnte jetzt nicht an der Soundkarte liegen, oder? Ich denke nicht. Soundkarte ist ja eigentlich nur Qualität, ne? Ich bin gerade auch noch am sterben, irgendwie. Mhm. Den hab ich ja gar nicht gesehen, ne? Nee. Grad so. Ich hab mal so rotes gesehen hinten. Ja, zwei sind hinten. Oh Mann. Boah. Und dann nochmal von hinten jetzt. Also von hier mal zu vorne. Mhm. Warte. Ahhhh. Au. Der war da immer. Der war von rechts eben, Mann. Ahhhh. Nein, der hat doch nix mehr gemacht. Pfff. Ich hab grad nachgeladen, ey. Ja. Ich bin schon stressig, Mann. Was zur Hölle. Der Hammer ist suppressed gewesen, die ganze Zeit. Boah ey, B. Wow. Pfff. Ja. Wollte ich eigentlich auch gerade hin zu B. Aber irgendwie kann mich nichts sein. Okay. Ich glaube es ist Zeit für die MP7. Ja. Ja. Weggerext. Boah ey, wie viele kommen denn da? Ja, das waren alle. Oh. Sollen wir auch 90 nehmen hier? Ja. Ein bisschen lästig. Ja. Zu viel, ne? Ja. 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 Oh. Das ist nicht mehr gut. Ja. Ja. oh wir haben sie bei A C oh Pool alter Pool sind frei auch gerade zum Pool Resupply, resupply, resupply das war's gut ich könnte auch mal resupply immer noch Pool alter aber richtig was boah wiederbelebt hier im Pool das sind 5 Leute oder so wow jetzt sind sie alle B irgendwie Grim Reaper ist ein Hacker 32 der weiß boah nein kommt da noch einer Avenger ne oh ich spawne negativ Mann aber nach hinten nach hinten ah von vorne oh was Grim Reaper räumt hier alle ab oder was mit ha 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 instant death eben von denen Nein. Den beobachte ich jetzt mal. Oh ja, der hat was an. Der steht in der Mitte und dreht sich spontan irgendwo hin. Was ist das? B. Boah, war auf den Schuss mit. Weil ich ein bisschen den Laser gesehen habe. Kettet ihr armpiece. Hier. Wünstehen! Ich habe den Schuss mit. Wunschte, wunschte. Okay, ich habe den Schuss. Eine Fische. Ich hab wohl müde, ey. Genau. 59.5 hat er schon. Tja. Dann schaffen wir noch los. Die einzige Male, wo er getötet wurde, war, wenn seine Amu leer war. Das noch schaffen? Könnten wir. Aber dafür müssen wir überleben. Und ich kämp' natürlich instant, du der Wien. Wow. Ich auch. Nee. Ich meine, wir haben alle Server... Ja, vor dir. 11 Kills weniger. Nur durch Your Supply, ey. Schau mal, schau mal, du kriegst nicht mehr. Schau mal. Meine... Ne, ich hab ihn noch gekriegt. Schau mal, schau mal. Schau mal. Schau mal.